R-E-W-R-M-S-I-D 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 R-E-W-R-M-S-I-D- R-E-W-R-M-S-I-D- Könnt ihr vielleicht eure scheiß gelben Dinger ausziehen, ihr Füß? Ey, Nail, man! Ihr stecht so... Nail, man! Ich weiß nicht, was geil ist. Nicht schlafen, bitte. Geh weg, du... Izzy, ich rette dich! Izzy, ich helf dir! Izzy, geh beiseite! Izzy, lauf! Ich liege am Boden. Hallo, Hilfe! Ist ja wie im Konzert, Alter. Ist ja wie beim Dead-Adam-Konzert, was? Das ist wie... Das ist wie Dead-Adam-Erste-Reihe hier. Boah, Alter! Tadel! Tadel! Junge, Junge, Junge! Der größte Teil der Leute ist schon raus. Sehr gut. Sehr geil, Alter. Aber wir sind ja nicht dumm! Wir sind ja nicht dumm! Ey, ihr könnt ja aber auch schauen... Dena, du fliegst nur nach unten! Dena! Oh Gott, Dena ist tot! Felix! Oh, Dena, du musst hochgucken! Ich hol Dena! Ich hol Dena! DENA! Felix! Boah, die sagt, Dena ist so dermaßen dämlich. Wahnsinn. Das muss jetzt nicht sein, Rewe, ne? Es tut mir leid. Nö, ich mein, dieses Mobbing... Wir müssen ja hier als Team zusammenspielen. Sorry, ich hab's vergessen. Ey, wo seid ihr denn, Leute, Alter? Ihr seid ja ganz dahinten. Ja, Dena ist halt nur runtergeflogen. Das ging fast 100 Zombies, sozusagen. Ey, du knackst halt echt übel. Willst du mal dein Mikro raus und wieder reinstecken? Das Problem hat's so lange auch immer. Disconnecte doch einfach, Felix. Man ist klar. Die Harmonie hier ist toll. ALTER! Hilfe! Ihr Zombie! Holy Shit! Alter! Alter Vater! Der hat mit der Kaffee hinten an! Ich hab mich voll erschrocken! So, weg mit ihm, erster Kill! Dieses Autisten-Geschrei hier gerade. Alter! Ihr braucht Hilfe! Nein, nein, ihr müsst laufen, ihr müsst laufen. Wir haben keine Autos. Ja. Ich sitze doch extra grad bei meinem Lenkrad. Und in der Linken. Hey, Max, das schaffen wir doch easy. Viele sind Military Base? Boah, Alter, sind die Kackfliegen. Das ist ja biederlich. Dennis, lass uns zusammenbleiben, ja? Bring mal hier die... Ich sehe Schritte hinter mir. Ich weiß nicht, ob das meine sind. Ich glaube, am besten ist es doch, wenn wir uns... Echt irgendwo in einem relativ großen Gebäude mit vielen Türen verschanzen, oder? Ja, ja, ja. Armbrust mitnehmen, ne? Klar. Auf jeden Fall, easy. Klar, Mann. Revolver, Armbrust und Flashbangs. Ganz wichtig, Leute. Sehr gut. Ich will mich wieder verkacken, Leute. Ich will nicht wieder verkacken. Heute schießen wir die Zombies weg. Willst du schon gewinnen, oder, Max? Ja, ja. Ich bin ein Gewinnertyp. Aber keiner der Zombies hat sich jetzt hier irgendwas angetan, ne? Die haben sich nicht gegenseitig totgeboxt. Schade eigentlich. Ganz dahinten. Ich komme! Ey, ich bin ja so verleilt, jetzt hier noch in die Häuser reinzugehen. Das würden wir auch noch schaffen. Ja, geh ruhig mal rein! Ey, lass, 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 ey, lass. Wirklich, lass. Bei Farben, aber schau mal, Farben können wir theoretisch... Blau könnten wir noch looten. Laufen! Junge, ich erschieß dich! Mann, ich brauche Waffen, Alter! Ich brauche auch Waffen, Alter! Junge, blauen Himmel. Dena hat nichts! Dena springt einfach zu spät runter, hat keine Waffe, gar nichts. Ich verreck jetzt, sammeln mein Möhrensaft. Richtig Spaß, richtiger Lauf-Simulator. Ja, ganz geil. Besser als immer nur mit Autos. Alter, ich komme hier nicht rüber, ich bin... Easy, die Zone kommt! Ich renne doch! Der looted doch immer noch, ich seh's! Ein Rucksack! Ein Rucksack! Alter, ich komme hier rüber! Die Zone kommt! Die Mauer kommt! Max, wie flawless wir hier reinkommen, wir zwei, Alter! Übrigens, die rote Zone vor uns bedeutet, dass da recht viele Spieler sind! Echt jetzt? Ja! Hä, nein, das heißt doch Explosion! Ja! Aber die kommt dahin, wo viele Spieler sind, du! Genau! Dena, gib sie ihm, Junge! Oh Gott, wir werden alle sterben! Achtung, wir werden alle sterben! Alter, Izzy! Du Spasti! Was seid ihr für'n Kackwein, Alter! Izzy, du Volltrottel! Gib mir Healing, Izzy! Das lockt die Zombies da an! Izzy, gib mir Healing, du Bastard! Izzy, gib mir Schmerzmittel! Gib mir Schmerzmittel! Was? Für Schmerzmittel? Jo, du hast gerade eine Granate auf mich geworfen, du Trottel! Wir müssen dir die Kack schießen! Ich schieße dich als ein Portman! Du musst richtig looten, Mann! Hat jemand noch Schmerzmittel für mich? Ich hab ACP akut! Das ist scheiß Munition, du Wichser! Okay, Leute, darf ich einen Plan vorschlagen! Wir gehen nach Pochinki rein in die große Halle, die ich markiert hab, rot! Ich hab ne Waffe! Geiler Typ! Ey, du bist gleich tot, wenn du alleine da rumläufst! Ich sag dir, die haben die Türen da eingeschlagen! Ich sag dir das! Da musst du aufpassen, Dena, das sind Mietnomaden, hä! Die schlagen dir die Tür ein, die wohnen da ohne Miete zu zahlen! Keine Kaution, nix! Kein Vertrag! Ja, wollen wir nach Pochinki rein, oder? Nein! Das, was ich markiert hab! Ja, ich sag's doch noch! Nein! Komm doch! Komm, 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 komm! Komm, Aktion! Rückzug, Leute! Zurück, zurück! Komm, wir müssen helfen, Alter! Easy läuft einfach weiter! Easy läuft einfach weiter! Dein ist Flut! Dein ist Flut! Dein ist Flut! Komm, 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 komm! Ich hör Schüsse! Komm doch, Alter! Komm doch! Junge, als ob ich jetzt mein Leben für Dena riskiere! Das ist so eine Verschwendung! Komm doch! Du bist ein Turret! Ey, beweg dich auch nicht mal Richtung Zone! Wo ist der andere? Sind die schneller als ich, oder nicht? Ja, schnell wieder in die Zone! Zurück! Umdrehen! Umdrehen, zurück! Umdrehen, okay! Wo ist denn der andere von hinten? Ist so strange, dass man aus Ege-Perspektive nicht nach hinten gucken kann, ne? Ja, komisch, da weiß man doch ne Eule! Ich will mir so einen geilen Spiegelhelm bauen! Hey, was ist denn mit dir? Du fliegst gerade bei mir, Alter! Ich hab kein Munde mehr! Fuck, die kommen! Zombie Nordwesten, Nordwesten im Gras! Bei Dalu, Dalu, Dalu! Dalu in der Richtung ist ein Zombie, pass auf! Bauern aus! Weiter laufen! Leute, weiter, 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 weiter! Komm, 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 weiter, weiter, weiter! Wieso versuchen wir nicht mit denen zu reden, oder so? Ja, was willst du denn denen denn sagen? Ja, dass die mal aufhören sollen damit! Ja, Freunde! Red doch nicht mit meinen Abonnenten, Alter! Wer bin ich denn? Jetzt ist wieder diese Ruhe vor dem Sturm. Ey, hier, hier, nicht durch den Matsch laufen, das ist mal ein Stück langsamer, ne? Ja, ne, und man wird dreckig! Au! 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 Ja, Max, sollen wir nicht direkt weiter in die nächste Zone laufen, oder? Wir brauchen so ein, zwei Häuser auf freiem Feld! Nee, Alter, du kannst doch nicht alle Leute in ein Haus reintun! Na klar! Die kommen doch nicht rein, Junge! Du ratzt den Eingang komplett weg! Dann kann man sich gegenseitig auch Deckung geben bei den Eingängen! Oh! Westen, Süden, Süden, Ombau! Lauf, 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 lauf! Hinter mir ist ein Zombie, hinter mir ist ein Zombie, hinter mir ist ein Zombie, Leute! Hinter mir ist ein Zombie! Ja, warte, dann töten wir die jetzt! Ich glaube, hinter mir ist einer, hinter mir ist, lauf ich einer! Umdrehen und töten, umdrehen und töten! Jetzt doch! Was macht ihr denn hier? Wir sind jetzt alleine, ne? Ich face dir jetzt! Das ist aber doch keine gute Idee jetzt hier schon! Oh, ist der geflogen, Mann! Oh, wer schießt, läuft der durch mich durch! Loll! Weitere nicht! Loll, das ist jetzt noch keine gute Idee, Alter! Da kommen ganz viele Zombie! Ja, eben, die werden jetzt alle kommen! Lass weitergehen, lass lieber weitergehen! Komm, komm! Hinter mir, hinter mir! Ey, da sind zu viele! Lass weitergehen! Go, 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 go! Lauf, 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 laufen! Auch Zombies nach vorne! Rote Markierung! Rote Markierung! Rote Markierung! Rechts, 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 rechts! Lass Granaten fallen! Lass Granaten fallen! Wir sind schon irgendwie dran! Welches Haus! Welches Haus! Rechts oder links? Links, 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 links! Hilfe! Dennis, Tür auf! Rein da, rein da! Nein! Alter! Wir sind einfach alle alleine lassen! Dich hab' ich gefickt, du alte Hure! Okay, geschafft, Leute! Ist echt wie bei Walking Dead, Alter! Schön Vierfach-Sufa auf die Pumpe, ja! Okay, wer braucht Schrotmoni? Da draußen sind welche! Ich, ich! Schieß doch alles weg! Ey, das überleben wir niemals wieder! Doch, doch, doch! Wer geht mit mir rüber ins andere Haus? Ich komm mit! Ich komm, komm, komm! 1, 2! Sie kommen rein! Sie kommen rein! Nicht doch den in den Weg stellen! Alter, es sind mindestens 20 oder so! Andere Tür, andere Tür! Weg da! Ihr habt mich abgeschossen! Ihr habt mich abgeschossen! Ich hab' die Tür eingeschlagen! Ich hab' die Tür eingeschlagen! Mach' die Tür wieder zu! Sind nur noch 81! Ganz wenig! Ganz wenig! Hinter dir! Da liegen links alle! Das sind ganz viele Leute! Spart Muni! Spart Muni! Spart Muni! Hat jemand'n Shotgun, Muni? Okay, wir müssen gleich'n Plan schmieren! Okay, Muni! Komm' wieder rein! Komm' wieder rein! Ja, ja! Ich komm' rein! Halt' auf die Tür! Halt' auf die Tür! Ich hol' Revi hoch! Bleib stehen! Wir müssen hier reinkommen lassen! Sonst verschwenden wir unsere Muni! Na, du halt die Tür! Draußen liegen ganz viele am Boden! Echt? Da haben wir eine Granate! Sitzen gerade alle bei mir vor'm Fenster, die hässlichen, Alter! Geht weg, mein! Wann, wenn ihr jetzt die Zone schützt? Hab ihn! Wir werden komplett gefickt! Na, wir müssen uns gleich freischießen! Wenn Revi ab ist, ran'n wir! Stimmt, Alter! Okay, wir rennen durch die Tür! Ich hab' keine Muni mehr! Drei! Zwei! Eins! Go! Go! Alter, nein! Wir blockieren! Blockt euch da nicht gegenseitig Idioten! Go! Schießt sie auf freiem Feld ab! Das sind nicht viele! Das schaffen wir! Ich hab' keinen Muni mehr! Izzy, lauf! Izzy, lauf! Lauf, Izzy! Scheiß auf die anderen, Izzy! Scheiß auf die anderen! Lauf! Hier sind wohl viele, Alter! Wir können die töten! Wir können die töten! Ne, doch nicht! Doch nicht! Doch nicht! Superman Punch! Oh Gott, der Izzy ist besser! Wir haben Izzy verloren! Izzy ist tot! Alter! Grüne Markierung! Grüne Markierung! Ich brauch' Healing! Woll' ich nur mal gesagt haben, Leute! Ich brauch' Healing! Was war das für ne Ansage? Nein, schießen! Schießen! Ja klar! Junge, wir haben so viel gekillt! Ja, Mann! So kleine Zone und nur noch 40 Zombie! Ist ein Traum, Alter! Ist ein Traum! Links sind ganz, ganz viele Gegner! Max, glaub mal schnell den Kopf an, wenn du kannst! Junge, das kannst du erst machen, wenn wir da sind! Junge, ich hab' mich grad schon bandagiert! Mitten am Schlachtfeld, Max! Ich kenn' da nichts! Ich hab' dich hochgehoben! Bedenke! Ja, gut! Du bist tot, Alter! Wo bist du denn? Hinter dir! Dalu, lauf! Lauf, Dalu! Hilfe! Lauf zum Haus! Lauf zum Haus! Wir Schweine! Bei Jay sind 20 Mann! Alter, sind das viele! Alter! Alter Schwede! Jo, ich hab' sieben Kills! Gönn dir, gönn dir, gönn dir! Lebst du noch nicht? Holy Kills! Ja, ich hab' ganz viele Haus genommen! Die laufen alle da hin! Noll! Jo, ihr Picker! Oh Gott, ich hab' keine Muni mehr! Macht doch nicht die Tür zu, Mann! Jay hat fünf Kills geholt! Vier! Bester Mann! Leute, macht euch ready! Macht euch ready! Wir gehen hoch auf den Dachboden! Und halten nur... Da gibt's nur einen Aufgang! Nur die Treppe! Und wie wollt ihr da rauskommen? Durchs Fenster! Durchs Fenster! Durchs Fenster zur Not! Wir bleiben hier! Dann kommen wir nicht durch! Ja, Notfallspistole! Ey, ich gib' keine Muni mehr! Ja, ist okay! Okay, fünf Schuss haben wir! Okay, sie kommen rein! Ey, ich hab' nur ne Pfanne, okay? Ja, ist doch gut! Ey, hier liegt noch ne Schrotflinte! Ne, ne Kars, das ist scheiße! Das ist vorbei! Nein, ist es nicht! Die sterben auch an der Zone! Hat noch jemand einen Verband für mich? Junge, spiel' nicht mit mir! Dalu! Ja, meine Leiche! Mach' nur, Dennis! Dennis, hast du noch einen Verband? Ich hab' einen auch gemacht! Warte, warte, doch! Hier, hier, hier! Hey Leute, kommt hoch, ihr Wichser! Schönes Ding, schönes Ding! Die blocken sich gegenseitig! Immer in den Kopf! In den Kopf! Ich schieß' daneben, ey! Ich bin so ein Bonobo! Immer in den Kopf! Alter, die liegen auf dem Haufen! Ist das widerlich! Granate! 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 Renate! Renate! Junge! Ihr habt mir richtig viel abgezogen! Junge! Die warten alle draußen! Ey, Leute! Könnt ihr bitte wieder gehen! Könnt ihr bitte wieder gehen! Bitte! Die versuchen übers Dach zu kommen, Leute! Hat wer von euch noch Munni da draußen? Hier ist langsam knapp! Könnt ihr mal gucken, ob ihr was aufsammeln könnt? Ne, 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 ne! Alter, wenn du da runterhältst, dann ist es vorbei! Leute, ich lenke die! Wir müssen jetzt durchs Fenster! Ja, wir müssen auf das Vordach! Auf das Vordach! Wir müssen einfach blocken und im Nahkampf da bleiben! Ohne Witz! Wir blocken die alle weg und dann sterben die an der Zone! Mit uns! Wir rushen jetzt zusammen! Ok, go, go! 3, 2, 1, go! Wow! Das ist wie die nächste! Mann Dennis! Dennis, du bist da vor gelaufen! Mach doch was! Elf mir! Nein! Nein! Ich sterbe! Nein! Ich sterbe! Nein! 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 Oh mein Gott! Dennis, du bist mir voll reingelaufen! Oh mein Gott! Dalu! Dalu, du scheißt das! Wow! Nein! Boah, nein! Es war so knapp, Alter! Fuck, Mann! Damn! Oh, scheiße, Mann! Dennis, du bist mir genau rein! Sorry! Wir hatten ein bisschen Pech mit der Zone. Hätten wir mehr Zeit zum Looten gehabt, wäre es besser gewesen, ey! Scheiße, Mann! Munition war das Ding am Ende, ne? Ja, ja, Munition war das Problem. Es lag am Teamkill, glaube ich. Aber es war richtig Spaß, Mann! Es war mega geil!